Hi, schön, dass du da bist. Heute machen wir mal wieder so ein bisschen Grundkurs, Basiskurs. Ja, ich möchte dir zeigen, wie du am besten herausfindest, welcher Duft zu dir passt. Deswegen bleib dran, nach dem Intro geht's weiter. Hi, ich bin Chris, du bist hier bei Sense of Gents. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ja, dieses Mal, wie gesagt, wollen wir mal so ein bisschen unsere Grundkenntnisse im Bereich Parfum stärken, beziehungsweise ich möchte dir so ein paar Fragen und Hilfestellungen mit auf den Weg geben, wie du vielleicht auch deinen nächsten Traumduft finden kannst. Dazu müssen wir uns insgesamt mal mit fünf Fragen beschäftigen. Welche Rolle soll Parfum für mich spielen? Ja, das ist tatsächlich eine wichtige Frage, die wir zu Beginn klären müssen. Denn je nachdem, in welche Richtung wir hier dann schwenken, haben wir unterschiedliche Kategorien von Düfte, die wir hier suchen dann am Ende. Soll Parfum zum Beispiel eher dezent sein? Soll dich im Alltag begleiten und eher auch sowas für dich sein? Dann haben wir hier eine andere Kategorie als eben die zweite. Wenn wir sagen, du brauchst etwas oder du möchtest etwas haben, was ausdrucksstark ist, was markant ist, was vielleicht auch, sage ich mal, einen extrem bleibenden Eindruck hinterlässt, einen sehr positiven Eindruck. Das sind unterschiedliche Düfte oder unterschiedliche Duftkategorien, die man hier verwenden kann und am Ende dann eben auch unterschiedliche Traumdüfte, die wir hier bekommen können. In welchen Situationen möchte ich Parfum tragen? Ja, das ist die nächste wichtige Frage, die es zu klären gilt. Also wir können ja mal so ein bisschen schauen auf unseren Alltag. Da sehen wir ja schon mal, in welchen Situationen wir sind, beziehungsweise wenn wir mal so ein bisschen über die Woche gehen. Was haben wir denn da? Wir haben entweder Düfte oder Anlässe, Situationen, die hier passen, zum Beispiel für die Arbeit. Das kann Büro sein oder jede andere Arbeit oder eben auch unter Umständen in der Schule. Dann haben wir vielleicht auch die Situationen, dass wir einen Tagduft suchen oder etwas für den Abend. Je nachdem, in welche Richtung wir hier gehen, haben wir vielleicht eher leichter, frischere Düfte oder bei Abenddüften etwas dunklere, etwas mehr mit Ausstrahlungskraft etwas tiefere Düfte. Das müsste man dann schauen, sozusagen. Entsprechend haben wir dann auch die Kategorie Ausgehen. Also suchst du einen Duft, der dich beim Ausgehen begleiten soll oder ist es vielleicht sogar ein Duft, der alle Anlässe abdecken soll. Du möchtest gar nicht entscheiden, welcher Duft an welchem Anlass du tragen möchtest, sondern es soll genau ein Duft sein, der möglichst in vielen Situationen, wie eben beschrieben, funktioniert. Oder eben auch genau das Gegenteil. Du suchst eigentlich nicht nur einen Duft, sondern du brauchst drei Düfte vielleicht. Einen fürs Büro, einen für die Freizeit und einen zum Ausgehen. Du könntest aber auch den Blickwinkel in Richtung zum Beispiel Jahreszeiten nehmen. Suchst du etwas, was in wärmere Jahreszeiten reinpasst, dann wirst du vermutlich eher frische, fruchtige, zetrische Düfte nehmen. Oder suchst du was, was für die kälteren Jahreszeiten passt, also Herbst, Winter und Frühjahr, Frühling. Dann suchst du vielleicht auch eher was in Richtung dunklere Düfte, etwas schwerere Düfte, welche, die nicht so frisch sind. Ja, das sind Kategorien. Die solltest du dir sicherlich mal überlegen und mal so ein bisschen aufstellen, wenn du das nicht eh schon überlegt hast, auf einem Zettel am besten. Für was suche ich eigentlich einen Traumduft? Welche Gerüche mag ich? Welche Gerüche kann ich gar nicht leiden? Oder welche Gerüche verbinden und lösen Emotionen bei mir aus? Das ist eine wichtige und entscheidende Frage in die Richtung, was ist mein Traumduft? Welches Parfüm passt zu mir? Düfte lösen häufig Emotionen aus. Wir verbinden mit ihnen was. Jeder weiß zum Beispiel, wenn ich ihm sage, wie eine Tankstelle riecht, dann hat er so ein gewisses Duftbild im Auge oder in der Nase und weiß, welche Gerüche damit verbunden sind. Genauso wie mit Keller, mit Sonnencreme etc. Da gibt es viele Dinge, die uns oder in uns Emotionen auslösen und die gilt es jetzt herauszufinden, welche das sind und welche wir da mögen oder welche wir nicht mögen. Es gibt zum Beispiel auch dann so Kategorien, in denen man das dann unterscheiden kann. Mag ich zum Beispiel zitrische Düfte, weil die mich so sehr an Sommer erinnern, weil sie eine gute Laune machen? Oder sage ich vielleicht, na die mag ich genau nicht, weil die erinnern mich immer an Klo, Stein und Reinigungsmittel, dann wäre das vielleicht nicht die richtige Wahl. Mag ich holzige Düfte? Mag ich den Geruch von Holz in jeglicher Form? Oder ist mir das irgendwie zu herb und das finde ich gar nicht so gut? Mag ich orientalische Düfte, was hier tatsächlich sehr häufig mit einer gewissen Süße und einer Würzigkeit einhergeht? Mag ich sowas? Kann ich mir das vorstellen, dass das zu meiner Person passt? Oder ist es eben genau das nicht? Andere Kategorie, auch sehr spannend anzuschauen, sind sogenannte florale Düfte. Also Düfte, die im Prinzip in Richtung Blumen riechen. Jetzt gibt es verschiedene Blumen. Rosen sind gerne genommen. Orangenblüte ist zum Beispiel auch eine gern gesehene Komponente als Duftöl in der Parfümwelt. Gibt es da Blumen zum Beispiel? Wenn ich diese riechen würde, die würde ich nicht mögen. Ein Beispiel wäre Rosendüfte. Rosendüfte wirken sehr häufig so, als wären das so alte Leute Düfte. Das ist häufig meistens nicht so in unseren Nasen drin. Es gibt aber auch sehr gute Rosendüfte, die den Twist schaffen zwischen einem Rosenduft, der aber modern interpretiert wird. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja eine gewisse Verbindung und Emotionen zu diesem Geruch. Das wäre wichtig, wenn du dir diese Kategorien noch mal zu Gemüte führst, also zietrisch, holzig, orientalisch, floral. Dann hast du schon mal, wenn du diese Kategorien dir überlegst und vorstellst, welche Düfte du mit was in Verbindung bringst, eine Idee, in welche Richtung oder welche Duftrichtung vielleicht der passende Duft für dich wäre. Wie viel ist mir mein Parfum wert? Eine entscheidende Frage auf der Suche, auch welcher Duft passt zu mir, ist natürlich auch die Budgetfrage. Setz dir also ein Budget, was dir das wert sein soll. Denn in dem Bereich weißt du dann auch, wonach du schauen möchtest oder wonach du schauen kannst. Möchtest du lieber nicht zu viel Geld ausgeben, weil ein Duft vielleicht, und das hast du ja oben in der ersten Frage schon für dich vielleicht herausgedeutet, einfach ein Begleiter nur sein soll und einfach so ein bisschen frisch und gut riechen soll, dann möchtest du vielleicht eher einen günstigen Duft. Sagst du, ich möchte doch auch gerne wahrgenommen werden und wenn mich jemand darauf anspricht, dann möchte ich ihm den Duft auch sagen können und jemand anderes sollte vielleicht auch mit der Marke was anfangen können. Oder ich schätze einfach die Qualität, die hinter einer gewissen Marke oder hinter eines Markenimages steht und deswegen entscheide ich mich für diesen Duft. Dann bist du vielleicht im Bereich der Designer-Düfte ganz gut unterwegs. Oder aber du sagst, naja, Parfum ist im Prinzip wie eine schicke Uhr. Die wertet mein gesamtes Erscheinungsbild auf und das darf ruhig auch ein bisschen mehr kosten. Dann kannst du natürlich aus der breiten Masse von total günstig bis total teuer ausschöpfen, was du möchtest. Es gibt sehr gute, günstige Düfte. Es gibt dafür genauso gut auch sehr schlechte, teure Düfte. Aber dein Budget ist eben viel größer. Und je nachdem, wenn du jetzt dann eben sagst, das ist mir viel wert, kannst du auch unter Umständen im Bereich der Nischen-Düfte einsteigen und schauen und kannst hier auch eine gewisse Qualität erwarten, die natürlich dann auch, wenn du den Duft trägst, auch sich auf dein Selbstbewusstsein und damit auf deine Ausstrahlung auswirkt. Häufig sind eben diese teureren Düfte mit hochwertigeren Ölen hergestellt worden. Sie halten zwar nicht immer länger, aber haben immer so eine besondere Duft-Aura. Man merkt, wenn man diese Düfte riecht, das ist alles sehr stimmig. Das wirkt nicht so harsch, nicht so scharf. Das ist alles in sich relativ gut abgestimmt. Ja, das ist der Vorteil sozusagen für die Nischen-Düfte. Ich will damit aber nicht sagen, wie gesagt, du musst zwingend teure Düfte kaufen. Deswegen sagte ich eben auch, es gibt auch teure Düfte, die wirklich nicht ihr Geld wert sind und entsprechend nicht gekauft werden müssen. Es gibt dafür genauso gut sehr tolle, günstige Düfte. Es gibt Düfte für 6 Euro zum Beispiel, die man in der Drogerie finden kann, die man bedenkenlos kaufen kann und auch hier einen sehr guten Eindruck von sich gibt und nicht wie der nächste Wunderbaum riecht. Wie gehe ich jetzt nun weiter? Was mache ich als nächstes? Ja, jetzt hast du dir schon grob Gedanken gemacht, welche Duftrichtung du haben möchtest, was der Duft für dich darstellen soll, wie viel du bereit bist zu investieren. Jetzt geht es also quasi an das Doing, an das Umsetzen in die Praxis raus. Also, was kannst du jetzt natürlich als nächstes machen? Erster sehr einfacher Tipp ist natürlich, besuche eine Parfümerie. Gehe in eine Parfümerie in einer Stadt und teste dich durch. Ja, hier ist natürlich aber auch die Situation, entweder hast du eine Verkäuferin oder Verkäuferin in der Nähe, die natürlich versucht, mit dir zusammen einen passenden Duft zu finden und je nachdem, wohin man gerät, ist man dort vielleicht eher auf eine Provision außen verkauft und empfiehlt eine bestimmte Marke XY besonders. Und da ist es natürlich jetzt schwierig, wenn du auf der Suche nach deinem eigenen, zu dir passenden Duft bist, das davon zu unterscheiden. Deswegen mein dringlicher Tipp, nimm dir die Zeit, teste dadurch und wenn du dann auch sagst am Ende, ein Duft hat mir gefallen, teste den ruhig erstmal auf dem Teststreifen, man wird dir viele Düfte zeigen. Teste den dort und wenn dir ein Duft gefällt, dann sprühen auf die Haut. Das hat nämlich den Unterschied, der Teststreifen ist meistens relativ neutral. Deine Haut und Hautchemie hat eben einen besonderen eigenen Duft und häufig wirken die Düfte eben auf der Haut anders als auf dem Teststreifen. Und es hat den Vorteil, du kannst den kompletten Duftverlauf erleben und das rate ich dir dringend an. Viele verschwinden schon bereits bei der Kopfnote bzw. innerhalb der ersten, ich sag mal 5 bis 15 Minuten, was den Duft angeht und treffen ihre Entscheidung. Natürlich spielt eine Kopfnote eine wesentliche Rolle in einem Duft. Wenn mir die schon nicht gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mir der Rest des Duftes auch nicht gefällt. Häufig haben wir aber auch die Situation, dass die Kopfnote, die ist okay, die riecht gut und dann sagen wir, aber naja, das ist mir aber eigentlich zu wenig. Deswegen legt man den beiseite. Jetzt testet man den auf der Haut und merkt, oh, wenn der so weg trocknet, dann ergeben sich nochmal ganz andere Facetten. Dann kommt zum Beispiel eine Duftnote mehr raus als die andere. Dafür verschwindet die andere, die vielleicht mich vorher ein bisschen gestört hat. Deswegen ist es wichtig, eben diesen Duft auf der Haut zu tragen und auch eben, sag ich mal, in der Parfümerie anzusprechen und zu bitten, dass man diesen Duft jetzt erstmal tragen möchte auf der Haut, weil man eben den kompletten Duftverlauf erleben möchte. Denn man gibt auch am Ende nicht gerade wenige aus, wenn man sich in einer Parfümerie einen Duft kaufen möchte. Zweiter Tipp an der Stelle ist es, sucht euch eine Nischenparfümerie. Häufig sind Nischenparfümerien nicht getrieben, zwar über Provisionen, die sie auch kriegen, sondern sind eben darüber getrieben, euch einen guten Service und eine Beratung zu bieten. Anders als vielleicht große Ketten das tun. Hier hat man aber auch den Vorteil, man kann eben aus einer viel breiteren Masse an hochqualitativen Düften auswählen und sehr häufig trifft man hier auch auf tatsächlich sehr geschultes Personal, die genau wissen, welche Düfte hier passen können. Wenn du ihnen nämlich im Vorfeld deine Vorlieben, die wir vorher besprochen haben, schon mitteilen kannst, dann kann man in der Parfümerie auch schon genauer eingrenzen, in welche Richtung dein passender Duft denn liegen könnte. Das hilft enorm und ist entsprechend auch eine enorme Hilfestellung für die Verkäufer und damit ist natürlich dein Verkaufserlebnis und vielleicht auch damit die neue verbundene Emotion mit diesem neuen Duft dann auch ein Erlebnis für dich. Bist du dir dann immer noch unsicher, dann gibt es natürlich immer noch den Weg zu sagen, organisiere dir mal Abfüllungen. Ich habe da einen Tipp für dich. Düfte testen ohne Risiko und ohne Geld zu verschwinden, das kannst du unter www.senseofgens.com. Sichere dir deine Abfüllung aus dem Bereich der Nischen oder Designer-Düfte. Oder, wenn du das auch möchtest, gerne einen Beratungstermin, damit wir gemeinsam deinen nächsten Traumduft finden. Ich würde mich freuen, wenn du bei mir vorbeischaust unter www.senseofgens.com. Abfüllungen bekommst du auf verschiedensten Wegen. Es gibt das große Parfümforum, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, auf der du dich registrieren kannst, wo du eben aus Privathänden Parfüms bekommen kannst. Abfüllungen sowie Gebrauchtflakons. Du kannst aber auch zum Beispiel, und den Link packe ich dir gerne unten rein, mal auf meiner Webseite vorbeischauen und dort kannst du auch Abfüllungen dir organisieren. Die sehen dann so aus, als Beispiel, nicht viel anders tatsächlich als auf Parfumo. Du bekommst aber hier garantiert den originalen Duft plus einen Brief von mir, den ich in jede Packung beilege. Und du kannst dir halt auch sicher sein, du kriegst auch eine Menge, ich biete meistens ab drei Milliliter an, die eben ausreichend ist, um einen Duft mehrfach zu testen. Das ist das Problem sehr häufig bei Parfümproben, die entweder gar nicht vorhanden sind in der Parfümerie, man ungern rausgeben mag. Ja, oder eben, wenn es die gibt, dann sind das meistens so ein Milliliter Proben. Die hat man schnell durch und häufig ist die Entscheidung da noch nicht gefallen, ob ich mir den Duft kaufen möchte oder nicht. Gerade wenn ich jetzt so im Bereich der Nischendüfte unterwegs sein möchte und sage, das soll schon was Besonderes sein. Naja, ich möchte bestimmt kein Risiko eingehen, da 150, 200 Euro in den Sand zu setzen und einen Duft zu haben, der nur im Schrank steht. Deswegen sind so Abfüllungen im Allgemeinen immer eine gute Idee, um einfach die Düfte zu testen, sie auch länger zu testen, sind dann für später auch eine super Idee, weil dann muss ich nicht den ganzen Flakon mitnehmen, sondern kann mir immer eine kleine Menge mitnehmen, die dann ausreichend ist, wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin oder eben auch mal unterwegs nachsprühen möchte. Da sind solche Abfüllungen immer eine super Idee. Ja, dann als letztes natürlich, wenn du dich entschieden hast, einen Duft zu kaufen. Also ich empfehle natürlich in erster Linie, wenn du in einer Parfümerie warst und hast eine Beratung erfahren und sagst, naja, der Duft hat mir schon ganz gut gefallen. Häufig sind die teurer als im Internet, wenn es um Designer-Düfte geht. Wenn es um Nischendüfte geht, hast du aber relativ häufig auch gleiche Preise. Also zugegeben, es gibt auch immer mal wieder Rabattaktionen in Parfümerien und Online-Parfümerien. Die kann man natürlich nutzen und sollte man auch nutzen. Ich finde es aber auch tatsächlich fair, wenn man dann in die Parfümerie geht, wo man sich halt super beraten gefühlt hat und dort dann den Duft auch kauft. Genau. Solltest du aber, wie gesagt, zu anderen Düften greifen wollen, die zum Beispiel im günstigen oder im mittelpreisigen Segment liegen, dann rate ich dir doch leider sehr dringend sozusagen, das online zu vergleichen. Gerade bei den großen Ketten zum Beispiel hat man immense Preissprünge drin, dass man den Online-Preis wesentlich günstiger bekommt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, hier natürlich im Ladengeschäft nachzufragen, ob dort der Online-Preis auch angeboten wird. Ja, dann hast du im Prinzip deinen nächsten Traumduft gefunden und kannst den in vollen Zügen genießen. Ja, was ist denn dein letzter Traumduft, den du dir gekauft hast oder was steht vielleicht in deiner Auswahl? Bist du überhaupt soweit und hast eine Idee, welchen Duft du kaufen möchtest oder stehst du vielleicht bei der Parfümreise noch ganz am Anfang und dieses Video hilft dir dabei vielleicht auch, den richtigen Weg zu finden, deinen Traumduft zu finden? Dann lass mich das mal unten wissen. Schreib das in die Kommentare rein. Würde mich extrem freuen, von dir zu lesen und wenn dir das Video gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch da zu lassen. Falls du das nicht eh schon getan hast, den Kanal zu abonnieren, das hilft mir extrem, hier auf dem Kanal und natürlich im YouTube-Algorithmus präsenter zu sein und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.